Tastaturschreiben aus lerntheoretischer Sicht. Beim Tastaturschreiben geht es kurzfristig um die Wahrnehmung von Zeichen und Wörtern und die daraus folgende Bewegung der entsprechenden Finger. Wird dies einige Zeit regelmäßig geübt, ergibt sich langfristig eine Automatisierung der notwendigen Bewegungsabläufe und man kann blind schreiben. Falls Sie selbst blindes Tastaturschreiben beherrschen, wissen Sie spontan, wo auf der Tastatur der Buchstabe P zu finden ist und mit welchem Finger Sie diesen schreiben? Wahrscheinlich nicht. Erst wenn Sie daran denken und Ihr motorisches Gedächtnis den entsprechenden Finger bewegen will, können Sie sich das bewusst machen und wissen, wo der Buchstabe P zu finden ist. Daran sehen Sie, dass die Automatisierung geklappt hat. Die Bewegung funktioniert unbewusst. Erst wenn man die Tasten auf der Tastatur findet und damit Texte schreiben kann, sollte man langsam das Tempo steigern. Dies sollte aber nicht auf Kosten der Fehlerhäufigkeit gehen. Worum geht es nicht beim Unterricht von Tastaturschreiben? Beim Unterrichten von Tastaturschreiben geht es nicht um das Abschreiben von Texten. Dies ist ein Nebenprodukt des Übens. Deswegen ist das Korrigieren zur Richtigstellung von Tippfehlern nicht Teil des Verarbeitungsprozesses. Es geht ja nicht um den Text, sondern um die Automatisierung. Insbesondere beim Lernen mit Textverarbeitungsprogrammen, aber leider auch in manchen anderen Lernprogrammen, wird die Backspace-Taste zur Fehlerkorrektur zugelassen. Als didaktische Begründung wird hier meist die veränderte Schreibkultur aufgrund der neuen Schreibsysteme genannt. Dies hat jedoch ungünstige Folgen. Wenn es eine Backspace-Taste gibt, riskieren Lernende mehr und machen damit falsche Bewegungen, was den Automatisierungsprozess stört. Auf diese Weise werden beim Üben Fehler regelrecht einstudiert, die sie später erfahrungsgemäß nur mit größten Schwierigkeiten wieder verlernen können. Die einfache und scheinbar praktische Korrekturmöglichkeit führt auf Dauer zu einem schlechteren Schreibergebnis und einer insgesamt verringerten Schreibleistung. Nochmals das Wesentliche. Das Ziel ist nicht der abgeschriebene Text, sondern die Automatisierung. Automatisierung und Tempo Wie bereits erwähnt, geht es zu Beginn nicht um das Tempo, sondern um die Automatisierung. Erst nach erreichter Automatisierung folgt die massvolle Steigerung der Geschwindigkeit. Dies ist vergleichbar mit Automatisierungen beim Lernen eines Musikinstruments oder bestimmter Bewegungsabläufe im Sport. Musiker üben ihre Passagen langsam ein und steigern das Tempo nie auf Kosten von Fehlern, Sportler ebenso. Rolle der Lehrperson und des Lernprogramms. Wir arbeiten mit einem Lernprogramm, aber es geht nicht um eine programmierte, unbewusste Unterweisung. Das Programm ersetzt die Lehrkraft nicht. Schülerinnen und Schüler sollen sich ihre eigenen Ziele bewusst machen und selbstmotiviert bestimmte Übungen erledigen. Tastaturschreiben lernen fällt leichter, wenn die Kinder wissen, wozu diese Fähigkeit gut ist und dieses Ziel selbst wünschen. Das Lernprogramm kann dabei helfen, indem es individuelle Lernpfade, verständliche Rückmeldungen oder Gamification-Elemente anbietet, aber diese grundlegende Motivation muss durch die Lehrperson gefördert werden. Die Lehrperson wird vom Lernprogramm in Bezug auf Korrekturarbeit entlastet und kann ihre Energie zur Motivation und Rückmeldung nutzen, von der banalen Fehlerzählerei zur kompetenten Diagnose und Hilfestellung auf Basis der Messwerte aus dem Typewriter. Vor allem beim Einstieg in das individualisierte Lernen ist die Motivationsarbeit der Lehrperson notwendig und wertvoll. Eine gute Metapher für die Bedeutung der Lehrperson trotz Lernsoftware bietet ein Hollywood-Klassiker, der Flug des Phoenix. Den Link dazu finden Sie direkt unter diesem Video. Es geht dabei um den Absturz eines Flugzeuges in der Wüste. Die Situation ist hoffnungslos, bis ein Flugzeugingenieur, welcher sich unter den Passagieren befindet, den Bau eines neuen Flugzeuges aus den Schrottteilen vorschlägt. Gesagt, getan. Doch am Tag vor dem Flugversuch stellt sich heraus, dass der Flugzeugingenieur lediglich Modellflugzeugingenieur ist und keine richtigen Flugzeuge konstruiert. Er erklärt darauf in der deutschen Übersetzung, Ein Modellflugzeug steuert allein. Es hat keinen Piloten. Ein Modellflugzeug muss viel leistungsfähiger und stabiler sein als das, was Sie ein richtiges Flugzeug nennen. Ähnlich verhält es sich mit einem Lernprogramm, welches automatisch funktionieren soll im Verhältnis zum Unterricht mit Lehrpersonen. Schülerinnen und Schüler sind keine Laborratten. Sie reflektieren ihre Lerntätigkeit, sie sind unterschiedlich motiviert, müde oder aufnahmefähig. Wir als Lehrpersonen merken das. Wir werfen einen Blick in die Klasse und sehen, ob die Kinder noch bei der Sache sind. Wir bemerken geweitete Pupillen, aufmerksame Sitzhaltung ebenso wie Ermüdung oder Ablenkung. Sind Kinder nicht mehr aufmerksam, sprechen wir lauter, geben außerplanmäßig einen Auftrag, fragen kurz nach und so weiter. Sind sie hingegen aktiver dabei als erwartet, legen wir noch etwas drauf, fordern noch mehr und fördern weiter. Eine sichere Navigation durch den Lernprozess können Lernprogramme nicht so leicht leisten, weil kein Mensch am Steuer sitzt. Lehrpersonen können also hier nicht ersetzt werden. Der Aufwand für das Erlernen des Zehnfingersystems. Der durchschnittliche Zeitaufwand für das Erlernen aller Buchstaben wird von mir seit Jahren vergleichend erforscht. Im Lernprogramm Typewriter ist die Vergleichsleistung die Erreichung der Lektion 50. Damit beherrscht man fast alle Buchstaben. Dabei zeigte sich in der öffentlichen Version von Typewriter, dass Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren durchschnittlich zehn Stunden benötigen, um die Lektion 50 zu erreichen. In den Schweizer Kantonsversionen liegt die Zeit im Durchschnitt sogar unter acht Stunden. Wichtig ist, dass dies ein Durchschnittswert ist. Das bedeutet, dass einzelne Schüler auch viel länger benötigen können. Hier liegt die Herausforderung für uns Lehrpersonen. Besonders die schwächeren Schüler müssen immer wieder auf die richtige Vorgehensweise beim Lernen hingewiesen werden. Was bedeutet es, wenn man im Typewriter eine Lektion geschafft hat? Das Programm bietet einzelne Lektionen an, die nacheinander durchlaufen werden. Jede Lektion dauert etwa 10-15 Minuten. Nach der Einführung der Grundstellung und jedes neuen Zeichenpaares durch spezifische Übungen folgen Lektionen mit Wort- und Satzübungen sowie Wiederholungen. Der erfolgreiche Abschluss einer Lektion zeigt die ausreichende motorische Erinnerung an die Griffwege ohne visuelle Hilfe, was jedoch nicht eine vollständige Automatisierung bedeutet. Vielmehr ist es ein Indikator dafür, dass die grundlegenden Bewegungen beherrscht werden und als Vorstufe zur Automatisierung dienen. Die einstellbare Mindestgeschwindigkeit und Fehlertoleranz bestimmen das Niveau, das als ausreichend für den Fortschritt gilt, ohne den Lernenden zu überfordern. Eine Überforderung wäre erkennbar an einer Verringerung der Schreibgeschwindigkeit oder einer Erhöhung der Fehlerrate jenseits der Toleranzgrenze. In solchen Fällen müsste die Lektion wiederholt werden, bis sie erfolgreich abgeschlossen ist. Das Programm erfasst kontinuierlich die Leistung des Lernenden und passt die Lektionen an, um eine schrittweise Verbesserung zu gewährleisten. Eine Lektion endet durchschnittlich nach 600 Zeichen oder etwa 9 Minuten und die Schreibleistung wird dokumentiert.